Hallo, ich lese Medikament im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest. Ich bin angekommen im letzten Kapitel, dem roten Kapitel, es heißt Medikamente bewertet. Bei Medikamente von A bis Z werden rezeptpflichtige Medikamente in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Danach geht es weiter nach Wirkstoffgruppen. Ich bin angekommen bei Beta-Blocker und es ging um Beta-Blocker, Beta-Blocker und ein Diuretikum. Und ein Gefäßarbeitermittel und das Ganze schließt, bevor es mit den Gefäßarbeitermitteln weitergeht, mit Beta-Blocker plus Calcium-Antagonist. In diesen Präparaten sind die Beta-Blocker Atenolol und Metoprolol mit den Calcium-Antagonisten Phelodipin oder Nephidipin kombiniert. Im einzelnen Atenolol plus Nephidipin, Metoprolol plus Phelodipin, Metoprolol plus Nephidipin. Geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit geeigneten Einzelsubstanzen nicht ausreichend gesenkt werden kann. Die Präparate sind zur Behandlung von hohem Blutdruck empfehlenswert, wenn der Blutdruck mit als geeignet bewerteten Einzelsubstanzen nicht ausreichend gesenkt werden kann. Herzrasen kommt bei diesen Kombinationspräparaten seltener vor als bei einer alleinigen Behandlung mit Calcium-Antagonisten und Nephidipin-Typ. Beta-Blocker bremsen den vorkommenden Anstieg der Herzfrequenz. Bei den Mitteln mit Nephidipin handelt es sich um retardierte Präparate mit verzögerter Wirkstofffreisetzung. Weitere wichtige Hinweise zur Anwendung, zu unerwünschten Wirkungen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei älteren Menschen finden Sie unter Beta-Blocker und unter Calcium-Antagonisten. Siehe Seiten 120 und 129. Es geht weiter mit gefäßerweiternden Mitteln. Das ist wieder eine Einführung in eine neue Wirkstoffklasse. Das ist ein bisschen länger. Dann kommen die Calcium-Antagonisten. Calcium-Antagonisten und Diuretikum ist nochmal ein kurzer Abschnitt. Sartane. Sartan, Diuretikum und Calcium-Antagonist. Sartan und Diuretikum steht hier noch. Sartan und Calcium-Antagonist. Schleifendiuretika. Thiazide und Thiazideartige Diuretika. Dann geht es weiter mit zwei Diuretika. Dann kommt Therapie im Überblick. Damit schließt das Buch. Das ist nochmal ein zweiter Abschnitt. Das Buch neigt sich dem Ende. Tschüss. Das Buch. Dann geht es weiter mit zwei Diuretiken.